XXI Telematik Erleichterung in allen Gesichtern hier in ihren Gemächern. Besonders wie Nüsträler die ganze Zeit vor sich hin rüber geht's hinüber, rüber in die Tralla. Henglei spricht wieder mal den Plan mit Mückel durch. Genauso machen wirst du fliegst uns zum Ringbeschleuniger weil es unmöglich ist den Westlei dort zu verankern. Viel zu auffällig. Den Beta-Mechteg verstauern wir im Laderaum ganz hinten, hinter der Sozialkabine. Sobald sich die Druckschleuse öffnet ist deine Mission den Rokta sicher hierher zurückzubringen. Ist soweit alles klar? Pachara Pachabum, die gespannt zuhört sieht Mückel fragend an. Wie wird er reagieren? Sie brauchen einen Piloten, maximal drei können rüber zum Indy. Doch ihre Angst ist unbegründet denn Mückel meint lapidar. Geht klar. Gebt mir halt einen Beheb wenn ihr wieder hier seid. Wann los geht es genau? Nun jetzt so gleich? Fragt jemand Bestimmtes. Die junge Diplomatentochter hebt die Hände beschwörend in die Höhe. Swino, zum letzten Mal, es sind noch zwölf Stunden. Morgen früh sozusagen, wenn es denn hier sowas geben würde. Echt gewöhnungsbedürftig so ohne Tag und Nacht. Deshalb schlag ich vor wir strecken erst mal die Glieder. Wenn du zu viel Energie hast, ich hab hier einen wunderbaren Aufsatz über die Pflanzenkultivierung der Emi dabei. Sehr interessant. Geh ich dir gerne. Pö ist die Antwort des Rubra. Für den Bruchteil einer Sekunde streckt er ihr sogar die Zunge raus. Häng leider die Szene beobachtet hat murmelt was sich liebt. Dann gähnt er und sagt. Müde bin ich geh zur Ruhe, aber vorher geht's nochmal rüber zur Ultime Crowelle. Ein Minuten Spaghetti, das brauch ich jetzt. Wer kommt mit? Swinene steht als erster bei Fuß, und die restlichen zwei kurz darauf. Eine leckere Stärkung, dann Gute Nacht, und morgen geht's endlich los. In der Abflughalle ist neben dem vollgetemmten Senkrechtstarter bereits auch Nev Silva einschließlich eines glänzenden Beta-Mech-Tex vorhanden. Es ist der gleiche der Exeretzlafs-Batterie gewechselt hatte. Teilnahmslos blickt er drein. Guten Morgen Rasselbande begrüßt Nev die Kinder. Zeit für den Zugdorben. Er beblindzelt seinen Kommen. Sofort geht der Boot in den abgesicherten Modus. Schnell ist dieser verladen. Es ist schon nützlich, dass man die neuen XP-Troktars von außen und innen belagen kann. Aufgemacht, losgesperrt. Komme ich Westblei, juho. Ruft Swinene ist ungeduldig voller Tatendran. Hengai synchronisiert derweil seinen Kommen mit dem McKells. So, diesmal bist du der Pilot. Alle Steuerdaten sind übertragen. Dann probieren wir das gleich mal aus entgegnet er und drückt den Knopf. Die vier Flügeltüren öffnen sich. Swinene ist der Rubal legt den Kopf zur Seite, kneift seine Augen zu und nimmt genau Maß. Dann springt er mit einem Satz auf seinen Platz ganz hinten in dem auf seinen Hinterbeinen stehenden Westblei. Er schreit. Los also dann. Schnell da gemacht ist's. Hopp hoppla, bitte sehr. Nev lässt ihn rudern und nimmt sich stattdessen Hengai beiseite. Kein Wort zu Nial wegen dem wahren Grund. Er regt sich manchmal zu schnell auf. Sag einfach du magst einen Heimbesuch. Je harmloser umso besser. Er ist halt im tiefsten Inneren, tja, wie soll ich sagen, trotz all seiner Expertise, ein Riesenbaby. Hengai hat keine Ahnung was Nev damit meint aber es ist auch egal. Viel wichtiger ist dass es jetzt endlich losgeht. Kurze Zeit später, für Swinu ist es eine Ewigkeit, sitzen alle auf ihren Plätzen. Zuerst der Pilot. Dann Hengai, Pachara und zu guter Letzt, ja, ganz genau der. Nev verlässt den Raum. Der Komprimierung blind nun von allen Seiten. Die Monitore springen auf grün, das Hangerdach öffnet sich. Nullatno, Impulsantrieb ist gefragt. Die Ultrosentriebwerke des Westleisamt zugeschalteten Turbleisten beachtliches, langsam, sauber, hebt er ab. Der erste rockt er mit Eigennamen und wertvoller Fracht. Zurück zum Triebe geht's. In den geostationären Raum daneben. Hin zum Tunnelbeschleuniger Gang AI und diesem schwergewichtigen Telematiker namens Njalina Lesu, gesprochen Lina Esho. Beim Aufstieg aus dem Graviationsfeld eines Planeten wirken starke Kräfte. Alle Passagiere sind nun in ihre Sitze gepresst. Pachara wird schon wieder schummrig, Swinu Nish zeigt erneut sein strahlendes Gebiss. Er versucht zwar irgendwas zu jaunen, aber es kommen keine Geräusche raus. In ihren Kontrollmonitoren sehen sie das Wex-Kravi verschwinden. Schnell ist der interplaneterische Raum erreicht. Mikkel gibt die Zielkoordinaten ein. Nun geht's mit Reisegeschwindigkeit also 3000 Kilometer es darauf zu. Irgendwie deprimierend, dass der Rad im Rücken festgemauert scheint. Ohne Veränderung strahlt er. Allein der Wex wird rasch kleiner. Der hellblaue Fleck vorne, das muss der Trivi sein. Noch etwa 5 Stunden. Jeder der Passagiere sucht sich eine Beschäftigung. Mikkel studiert die technische Dokumentation des Roktars. Hengai ist mit seinen Gedanken daheim. Pachara Pekjabun zieht sich die Infos zum Raumtunnel aus dem Bordcomputer. Swinu Nish der Ruba hat zwei Stöpsel in den Ohren und wedelt mit allen 10 Fingern. Kommunikationsreichweite murmelt Mikkel irgendwann später. Hengai, übernimmst du? Die Leitung zu Nyaline so steht auf dein Kommando. Klack. Die Schalte steht. Im Monitor, unaufmerksam, ein Fleischklops. Er zieht sich bestimmt grad eine Unterhaltungssendung rein. In seiner rechten Hand hält er lässig einen Hot Talk. Schwupp, ist dieser verschwunden. Ahem machte Hengai vorsichtig Herr Liener so. Sein Monitor scheint zu schwabbeln, dabei dreht sich der Telematiker lediglich in seine Richtung. Oh, uh, nein. Der schon wieder war dessen genervte Antwort. Grad schätzt. Hast du keine Uhr? Killersports ist un. Mann sind das Stars. Was die alles tun für 15, Minute für meh, lol. Ich schalt Schleuser O1 für euch frei. Das ist der Lieferanteneingang. Die Eisfrost mit den neuesten Multimikro-Spezialitäten wär mir zwar lieber aber versprochen ist versprochen. Wie könnte ich dem guten Nef was abschlagen? Und jetzt raus aus der Leitung. Verbindung beendet steht auf Hengai-Screen doch nur für kurze Zeit, dann unterbricht Mikkel. Keine Ahnung wie er das geschafft hat, aber die Docking-Koordinaten sind da. Ich brauch sie nur noch zu aktivieren. Telematik hat was. Mikkel drückt den Durchsageknopf. Alle Programme werden beendet. Auch Svinus Mucke. Er dreht verstört den Kopf in der Luft. Alle Mal weghören. In 15 Minuten beginnt die Docking-Prozedur am Ringbeischleuniger. Das heißt Kram zusammenpacken. Da vorn sieht man ihn schon. Was man tatsächlich sieht sind die Lichter die in einem gewissen Abstand um den Ring angebracht waren. Was für ein imposantes Bauwerk im freien Raum. Zu groß um ihn in seiner Gänze zu erfassen. Viele weitere Lichter, ein Gebäude wenn man so will, war seitlich etwas zurückversetzt zu erkennen. Das muss der Arbeitsplatz des Telematikers Dina Esu sein. Einige Tunnel streben von diesem auf den Ring zu. Der Einstiegspunkt bzw. die Raumkapsel ist nirgends zu sehen. Diese befindet sich weiter hinten im Raum, an einem gesicherten Platz. Selbst Henwey, der ja bereits einmal den Raumtunnel benutzt hat, sieht den Verwaltungskomplex Gamay nun zum ersten Mal. Er hatte bei seiner ersten Reise den Vipsugli direkt vom Austrittspunkt der Kapsel runter zum Triebe genommen. Ein Luxus der diesmal fehlt. Das automatische Landungsmanöver ist bereits im vollen Gange. Der Rokta rastert in die Haltevorrichtungen ein. Nun schiebt sich über alle vier Cockpits etwas das aussieht wie eine organische transparente Haut. Sie verschweißt sich mit dem Spackshipp. Westplay ist nun mit der Station Vakuum versiegelt. Aus den Bordlautsprechern tönten Jals wohl temperierte Stimme. Hu, allerseits. Schnappt euch den Beter mächtig, dann Cockpits auf, ich saug euch rein. Die Passagiere sehen sich fragend an, gleichzeitig spurte Zwinelnisch hinter und holte den Roboter. Er hält ihn ganz fest. Mikkel sieht sich ein letztes Mal um. Zeit sich zu verabschieben und viel Glück mit eurer Mission. Ich mach eure Cockpits auf in 3, 2, 1, los. Kurz darauf zieht es Mikkel auch schon an den Beinen. Pachara schreit auf, gleichzeitig ist sie und die anderen drei inklusive Boot verschwunden. Eine unsichtbare Kraft saugt sie in das Innere der Station. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.